Moin Leute, wir haben eine neue Runde Kölner für die Modern Warfare. Heute sprechen wir über das neueste Update, welche Waffen hier genervt und gebufft wurden und natürlich auch welche Karten bald reinkommen könnten. Ich habe schon eine Umfrage gestartet, wie ihr bemerkt habt, ja ein paar Karten wurden bereits angekündigt, die offiziell reinkommen wären. Ein paar wurden nur geleakt und ein paar, naja, da weiß man noch nicht ganz. Aber im Allgemeinen, heute sprechen wir auch über die M13 Variationen und wie ihr die am besten spielen könnt. Ja, die Waffe wurde auch ein klein wenig höher gebufft, aber naja, die gute Feuerrat und Treffergenauigkeit reicht auch nicht, wenn der Waffenschaden einfach nicht reicht. Im heutigen Video machen wir direkt am Anfang hier die Waffenklasse und danach geht es auch weiter mit den Leaks und mit ein paar anderen Ankündigungen. Abo pro Ankündigung, wir haben aktuell auch wieder doppelte EP für den Battle Pass, damit ihr den noch hochleveln könnt, weil wir haben nicht mehr lange, dann beginnt die nächste Saison. Und ich vermute mal, da werden eine Menge Sachen reinkommen wieder mal, darüber werde ich natürlich eine Live-Übertragung machen und noch ein Video bringen. Live-Übertragung mache ich dann auch die Tage wieder. Wir fangen aber heute an, hier mit der Waffe. Ja, wir haben hier den Kompensator drin für nochmal mehr Treffergenauigkeit, damit die Waffe weniger wackelt. Dann noch mit dabei den längeren Lauf für nochmal mehr Reichweite und mehr Treffergenauigkeit, aber dafür haben wir weniger Beweglichkeit. Ja, mit dabei noch für den Nahkampf den 5MW Laser, damit wir aus der Hüfte feuern können und schneller nach den Sprinten aneimen. Mit dabei noch einen Scope, ich hätte hier Mini-Reflex für nochmal mehr Treffergenauigkeit, weil das Iron-Side gefällt mir nicht. Mit dabei hätte ich noch einen Schützenvordergriff für nochmal mehr Stabilität, aber ohne Nachteile. Allgemein viele Vorteile, wenig Nachteile bei der Waffe, nämlich nur minimal weniger Mobilität. Allgemein, da hättet ihr auch eine andere Waffe bauen können, aber naja, wie auch immer. Wir haben hier noch mit dabei Overkill, da hätte ich immer eine Shotgun mit dabei oder eine andere Aria. Hardliner, Eifrig, Samengeflickt, Auffüllen und KID. Und noch mit dabei die Sam-Tags und die schnellere Heilung. Allgemein hilfreich für jede Situation. Aber ja, die Waffe hat einen guten Vorteil, durch die hohe Feuerrate und Treffergenauigkeit können ja schnell mehrere Feinde eliminieren. Auch aus der langen Distanz gar kein Problem, aber der Haken natürlich, wir machen wenig Schaden. Die Reichweite und auch der Waffenschaden dadurch wurde leicht erhöht im Update. Aber dafür hat die Waffe noch immer so wenig allgemeinen Grundschaden. Ihr könnt einfach nicht immer jeden Feind damit töten und ja, im Hardcore-Modi macht ihr auch gerne Hitmarker damit. Im Vergleich DM4 macht ihr natürlich viel mehr Schaden, hat mehr Treffergenauigkeit und je nach Moni-Typ auch mehr Feuerrate. Bei der Waffe wurde natürlich auch der Schaden nochmal ein klein wenig runtergenervt. Gleich wie bei der MP5, da wurde nochmal hier der Schaden, der Volltreffer-Multiplikator und die Reichweite für die stärkeren Badrohnen verringert. Aber die beiden Waffen noch immer stark überpowert, die besten Waffen im Spiel momentan. Und die M13 wurde ja höher gebuft, aber immerhin noch immer normal gute Waffe. Andere Waffen wie die Scar oder wie hier die FN Fall, EPR, die werden leider nicht höher gebuft. Finde ich ein bisschen schade, weil die Waffen gehen echt gar nicht gleich im Multiplayer. In Core hat man eine Menge Probleme, aber im Hardcore-Modi, ja da gehen die Waffen schon klar, finde ich. Aber ja, gerne mal reinschreiben eure Meinung über die Waffe. So, und natürlich, wenn ihr eine andere Waffe probieren wollt, dann könnt ihr natürlich auch hier die Honey-Bachelor nachbauen. Da habe ich mal beim Rest im Video darüber gemacht, da gerne mal draufklicken. Im Allgemeinen, Blackout-Kugeln haben nochmal hier den Vorteil, man wird nicht auf der Karte markiert. Kannst euch anschleichen mit den Feinden, dann bekommt ihr keine Todes-Meldung auf der Karte. Und oben drauf, man hat ein bisschen mehr Schadensreichweite. Aber die Kugeln fliegen langsamer und aus dem Grund hatte ich die hier heute nicht mit dabei. Allgemein, mit der Variation, die ich hier heute euch vorstelle, habt ihr eine sehr gute Treffergenauigkeit. Und damit habt ihr eigentlich die beste Chance im Fernkampf. Weil ohne Treffergenauigkeit, da reicht auch der niedrige Waffen-Standler nicht mehr, dann könnt ihr nichts mehr machen. Aber ja, ein Busch-Camper, den könnt ihr noch immer killen damit. Aber ja, je nach Karte haben wir natürlich mehr oder weniger Gebüsche, mehr oder weniger mehr Gebäude oder Fracht-Container. Aber wo Fracht-Container, Chapman wurde nochmal überarbeitet, da hatten wir eine Menge Spielefehler drin. Und andere Spawns waren auch total broke, da wurde noch ein klein wenig drüber gearbeitet, aber naja, ich finde die Karte noch immer schlecht. Dann hätten wir noch mit dabei natürlich hier Herrschaft mit TDM verschmolzen in eine Playlist, finde ich relativ cool. Aber auch nichts Neues hatten wir schon in Bio 4 drin. Und ja, Waffenspiel mit eigenen Waffen, macht eine Menge Laune, gerne mal probieren. Weitere Modi werden auch bald reinkommen, unter anderem Team Juggernaut, Rugby und, und, und. Viele wurden angekündigt und werden auch bald reinkommen. Aber eine gute Neuigkeit auch noch für jeden, der gerne neue Karten haben möchte. In der neuen Saison kommen wieder neue Karten rein, noch neue Waffen. Unter anderem wurden ein paar Favoriten gefunden, die auch bald reinkommen werden. Unter anderem Rust, eine Karte, die eigentlich jeder kennt. Dann noch mit dabei Doom, naja, wurde jetzt nicht offiziell richtig bestätigt, aber könnte reinkommen, gleich wie auch Terminal. Aber Karten, wo wir schon ein paar Bilder bekommen haben, werden Farida. Da haben wir nochmal Bilder bekommen für Take Town und auch für Borderline. Ob die Karten reinkommen werden in der nächsten Saison, wissen wir leider noch nicht. Aber wir haben auch noch eine kleine Ankündigung. Wir werden wahrscheinlich eine Vector reinbekommen. Und eine ähnliche Waffe wie eine UMP, aber halt unter anderem Namen wieder mal versteckt. Gleich wie bei der Holger. Da haben wir ja hier andere Namen reinbekommen, aber an sich die gleiche Waffe. Und ja, weitere Waffen, weitere Modi, weitere Karten werden immer wieder reinkommen in Modern Warfare. Aber ich hoffe wirklich mal, die werden es nicht wieder verkacken wie hier bei Destiny 1. Ich fand es ein bisschen schade, weil wir haben wenig Content reinbekommen. Und leider momentan brauchen wir echt neuen Content. Ich habe alle Waffen durch, ich habe alle Aufgaben durch. Ich möchte gerne mehr. Gerne mal reinschreiben, welche Waffen und welche Karten hättet ihr gerne? Und natürlich, an welchem Punkt in Modern Warfare möchtet ihr gerne noch eine kleine Änderung haben? Welche Waffen findet ihr noch blöd? Welche Waffen findet ihr überpowert? Ich noch immer die MP5 und die MP7. Aber ja, auch wenn die Runde genervt wurden, ich finde die noch immer total überpowert. Die M13 noch immer, naja, mau. Man könnte die schon stärker machen, aber... Hm. Gerne mal eure Meinung darüber reinschreiben in die Kommentare. Und natürlich, weitere Informationen über die Leaks und über Updates findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr Bock habt, add mich gerne, macht ihr mal mit bei mir in einer Runde Modern Warfare. Mein Name findet ihr auch noch unten in der Beschreibung. Dann würde ich mal behaupten, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch neu vorbeischaut, würde ich mich über ein Abo freuen. Und an der Stelle, haut rein, goodbye und bis zum nächsten Video.